Drawing from Memory Jeder von uns hat einen Begriff, den er zeichnen muss von unseren Gedanken heraus Das heißt, unsere Vorstellung, wie diese Figur oder sonst was aussieht, so müssen wir es am Ende zeichnen Und ich sag, so wie es ist, die Bäder, die da teilweise kommen, sind absolut chaotisch, witzig und total komisch Deswegen, Leute, schaut auf jeden Fall bis zum Ende, schaut euch die ganzen gemaltsten Sachen von Gnu, Fufu und mir an Und ich würde sagen, lasst ein Like, Abo und wir gehen rein in die Runde Ich hab irgendwie so, ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, ob ich das so nehmen soll Ich hab heute ein Dino zeichnen Ein Arschgesicht Oh süß Hast du ein Alien? Ein verrückter Bösewicht? Habt ihr dasselbe wie ich, ein verrückter Bösewicht? Ne Ah, okay, ich hab den Wenn ihr den Namen kennt, bin ich stolz Ich mach das Video Geld, 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 Geld Schalt den Ball So, ich hab meins Ich bin fertig Okay Runde eins Okay Okay, ich würd sagen, wir müden uns jetzt, okay? Ja Okay, Moment, ich müde Ah, Gnu, mein? Okay, ich versuche jetzt, Gnu zu meinen, so gut ich es kann, außer Erinnerung Das ist dann so ein Tier Das hat dann da so einen Arsch Und hier so einen Arsch Und dann geht das hier so runter Und hier sind die anderen Beine So, dann gucken wir doch mal Hab ich ne Hose an? Ja, ich würd schon sagen Und dann auf jeden Fall so ein Bikini Yes Da seh ich mich Geil Oh mein Gott Oh mein Gott, ja Oh mein Gott, 10 Sekunden noch Sagen sind wir doch einfach mal Die Hände brauch ich noch Hey, was ist das? Das ist voll gut Holy shit Ich hab ein richtiges Gnu gemalt Äh, Gnu? Hey Du kriegst Na, du kriegst Nein, meins, Mann Du kriegst keinen Punkt Was hast du da gemacht? So sieht Gnu sich selbst Nein, nein, nein Nein, nein, nein Wie seh ich aus? Ich wollte mal gucken, ob Maxis Algorithmus gut arbeitet Und das Video gelb stellt Ich werd alles zensieren, notfalls Hä, ihr habt ihr zwei gegeben? Mir? Ja, es ist Shy Gnu? Oh, ich mein jetzt, ich mein jetzt wie Fufku ein Gnu an sich Oh, das schaff ich glaub ich nicht Dann hat es noch ne rote Mütze Und das ist eigentlich ein Shy Guy Dann machen wir noch, ähm, Minirock? Rote Minirock Ey, jetzt hat keiner gesagt, dass man gut malen muss, okay? Oh nein Oh, ich bin so shy Das ist so kacke Ich glaub, wer hat die Börse sich ausgedacht? Es ist so kacke, es ist so kacke Ich hab Gnu wie Gnu gemalt Oh Oh, wie süß Ja, voll süß Hä, Shy Gnu ist richtig gut Gnu, warum hast du Pipi, Mann? Ach so, Shy Guy Ich hab mit der Kerze jemand auf Mars geschlagen Ich hab Shy Gnu gelesen Ich hab Shy Gnu gelesen Ich hab auch Shy Gnu gelesen, hä? Ach deswegen Nein, Shy Guy Ich mal, dass wie gerade Gnu sich gemalt hat, nee Dann, ganz klar, Gnu kriegt den Punkt, hä? Ja, ich wollte nicht Maxi liken Nein, ich will Gnu geben Nein, das ist ein Arsch und ich hab mit der Gerte draufgeschlagen What? Ich wollte Gnu liken In Anführungszeichen Shy Guy Round 3 Interessante Wahl Ehrenjäger Ja, das kennt keiner, ne? Wir müssen uns wieder muten, immer Was ist denn denn? Hä? Ein Ehrenjäger Okay, ich würd sagen, Ehrenjäger ist auf jeden Fall einer Der stolz ist Ich mach ein brauner Haare Ich glaub, der hatte so welche So Und dann so Zack Das ist ein weglaufen Ding Ja, wisst ihr was? Ich lass einfach Ich lass einfach die Schere fein Das find ich super Ich glaub, das erkennt man Das ist ein Ehrenjäger Nein Er hat nicht genug Zeit Alter, ich werd niemals gewinnen Ich weiß nicht Ich wollt Ehrenjäger hinschreiben noch Ehrenjäger Hä? Ich werd einfach gemobbt Ja, das ist ein Ehrenjäger Ja, der hat wechseln ja von Attack on Titan Achso Ich weiß, du hast Ehrenjäger Ich dachte, du meinst, ihr habt das Haar vergessen Nee, von Attack on Titan Das kenn ich nicht Ich wusste nicht, was die Ehre Ich dachte, Ehre, wie die Ehre Ich schau jetzt auf, ich Ja, wie? Oh mein Gott Das sieht so kack aus Okay, okay Okay, cool, das ist cool Ein Einhorn-Dino Ein Horror-Dino Genau wie Maxi Es hat aber was von einem Dino, so, ne? Und jetzt ist das Wichtige, dass man einen Horn macht Mit verschiedenen Farben Wunderschön Ähm Ähm Also Ein Horn-Dino Ein Kackhorn-Dino Ein Kähne-Horn-Dino Ich hab bei mir die Zackenchen gemacht Ich weiß nicht, ob ich Ich hatte die Arme nicht mehr gereicht Ey, komm, meiner Meiner ist wirklich ein Einhorn Ihr seid auch ein Hörner Habt auch nur ein Horn Ja, wenn ein männliches Geschlechtsteil Auf deiner Stirn liegt Ja Scheiß drauf, genug kriegt von mir den Punkt Warum müssen sie bei dir genug? Ja, ich muss ein Videogap kriegen Ein einziges Ziel im Leben Ich muss es demonetarisieren, Mann Den kennt ihr, oder? Nee Äh, nö Wer ist es? Auch von Phineas und Ferb Kennt ihr das nicht? Aber Phineas und Ferb Ist ja alles dreieckig, glaube ich, oder? So, ich weiß gar nicht mehr Actually, wie er aussah Ah, nee, das ist Phineas gerade Ich gefühlt maler So Äh, Szenen Oh mein Gott Ich hab keine Ahnung Also ich hab jetzt ein Dreieck mit Mit Gesicht gezeichnet Oh mein Gott Also ich möchte meins erklären, bevor ihr votet Ja Ich hab nämlich mir gedacht Ich drücke jetzt in meinem Bild aus Dass ich nicht weiß, wer das ist Und deswegen muss ich den Fernseher auf dich Oder auf beide schmeißen Weil ich diese Serie nicht kenne Und deswegen finde ich den Begriff nicht gut ausgewählt Okay, ich hab für Mexi gewählt Weil es ein Begriff ist Indem ihr davon ausgegangen seid Dass ich weiß, was es ist Wählt mich Nächstes Mal nimm ich Böser Pinguin oder so Oh, ich hab ein Like bekommen Kein Like für mich Oh, Ausschlag Wieso nicht Arschgesicht? Also unverschämt Okay Den kennt ihr aber alle, oder? Ja Da, da Äh, Augenbrauen Hat der auch noch Mund So, hi Hahaha So, jetzt müssen wir noch Gesicht zeichnen Ich verbrauche zu viel Zeit da Auf die Brüste So kleine Sticker Damit das für die Brüste steht Wisst ihr? Und dann machen wir hier aber noch Der hat auch noch so, so Muscheln drauf Ja, ich hätte Wir hätten mal einen Namen ausstellen müssen Damit keiner weiß, von wem was ist Also ich würde echt gerne Oh mein Gott Länger Zeit haben Oh mein Gott Das ist aber richtig cool Oh, das ist gut Warum ist der rund? Warum ist der rund von dir? Warum ist der rund? Patrick sah aber doch War der nicht immer spitz? Der hat der Runde Ecken geteilt Nein, der ist nicht ganz spitz Das ist ein Seestern mit runden Ecken Hat der Füße? Der hat bei mir Haie hier gesagt Kennt ihr die Folge nicht? Wo er die Haie hier kriegt? Ja, ich habe doch Stockings sogar gemalt Gut, dann sind wir auf dem Sinn Dein Fufo Deins Krieg kann man mit keinem Punkt Ich glaube, Gloos Auch wenn er aussieht wie irgendwie Peter Griffin Irgendwie Ja, gib mir das Like Ja Ja, jubel Ey, ich kann so nicht zeichnen Alles gut Mäh Ich kann so nicht zeichnen Was ist mit mir falsch? Ey, ich bin echt So kacke In diesem Spiel So In der Disco Ja, ey Ich sag so wie es ist Ich habe mir Mühe gegeben Ich war gerade auch voll dabei Die Zeit ist viel zu kurz Auf dir einfach Rührei vergrüßt Oha 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 Wir sind so kacke im Zeichnen Ne? Ich bin echt gut einfach Ich dachte, ich wollte eigentlich noch mehr Zeit haben Ich hätte doch die Tütü angezogen Ich bin's genug Ich bin genug am besten Ja, same Wunderschön Oh Hä? Oh, geil Ne Maxi und Fufufusion Oh Gott, wie würde das aussehen Ich würde auf jeden Fall einmal so ein geschmolzenes, qualvolles Gesicht machen Wo so die Augen so rausploppen So halb Maxi bekommt seinen Dinosaurier-Rückenknochen Oh mein Gott Oh nein Oh Mann Stopp already Oh, ich weiß ja nicht Ich tue mir so leid Wofu Oh süß Das ist geil Die Fuzion Was ist das denn? Einfach probiert den selben Gedanken Was hast du sonst gemacht? Ja Das ist die Fuzion Ich habe aber auch so überlegt So ein Wesen, das nicht mehr leben will Weil die Gene nicht zusammenpassen Das finde ich super Oh Hey, ich bin zu einfach Ich bin zu sehr gedankt mit der Fuzion Spider and Dragon Ball gedacht, oder? Ihr zwei, ey Ihr verbringt so viel Zeit, Mann Ich musste natürlich daran denken Oskar von der Sesam Kennt ihr das? Dieser Müllheimer Der Müllheimer Der Müllheimer Okay, warte Der kriegt jetzt so richtig ein Sixpack und alles So Der wird jetzt so richtig maskulin Und dann noch Augen Wir machen die Augen recht groß Hier hin So Hi So Was auch immer das ist Könnt ihr euch natürlich überlegen So Ich bin Ey Das ist Ich weiß Das ist Meine Beder Ich Ich hab keine Ahnung, wie der aussieht Hatte deine Farbe Was der ist das? Oh nein, ich dachte, der Milch bringt Hä? Wie der Milch bringt? Ach du Scheiße Ich dachte, der Milch bringt, Mann Was ist das? Fufu, das ist einfach Mülleimer Wie der hier drauf? Ja, du hast gesagt Der ist voll im Müllheimen Der ist kein Müllheimen Der ist kein Müllheimen Ich dachte, Müllermann Was? Hättest du das gesagt? Ich kann das nur ein von euch beiden geben Ich weiß Fufu dann ist halt näher dran Ich geb dir einen Punkt Ach Mann Oh, ich find's nicht bei Oh Mann Das schmatzende Po-Loch Boah, wie hat sich das ausgedacht? Genug Dann müssen wir das einmal ausfüllen Dann machen wir Bäckchen Das ist das Po-Loch, okay Wie soll das schmatzen? Mit so ein bisschen Cheese noch Cheesy Crust Und das Po-Loch hat hier so ein bisschen was davon drin Und enjoyt richtig Geil Aber man kann die Größe auch ändern Das schmatzende Po-Loch, ne? Jetzt sind wir mal gespannt Ach du Scheiße Sieht das ekelhaft aus Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ach du Scheiße Ihhh Ja Also der ist meiner zu verlegen Was schmatzende das Po-Loch bitte An der Pizza rum Ja, das ist ja ein schmatzendes Po-Loch Das ist ja Ich hab sogar Wänkchen gemacht Ja, ich auch Meiner sollte entzücken Gucken beim Essen Ich muss mehr einstellen Und der Winner ist Schön, dass da schon wieder nichts von mir angekommen ist Oh, ich bin gespannt Was? Was? Mixi und Gnu in Löffelstellung Und Gnu filmt auch noch? Geil Machen wir so eine Klappe jetzt Ich hab nicht zu wenig Zeit Für die Verrücklichen vorher Das ist zu wenig Zeit Ich muss erst mal denken Es sollt auch süß Es sollt eigentlich Fufu und Mexi sein Oh Mann Wie das klappt, Ding Okay Das klappt Ich glaube ohne Namen ist actually besser Also ich weiß trotzdem von wem was ist Ja Dafür sind wir zu wenig Stark Ich muss immer erst mal denken Hallo, ich hab Alzheimer Fufu und Mexi Das kommt so von Gnu, ne? Geil So, warum auch immer ein Gnu solche weirden Sachen haben will So, dann machen wir hier Maxi draus Maxi hat dann noch so einen Dino-Schwenz Wenn man ihn kennt Dann ist Fufu hier drunter Wer denkt wer hat, ist das von Gnu, oder? Ja Es ist von Gnu 100% 100% Oh mein Gott, was? Das ist genug Okay Oh mein Gott Warum müsst ihr an so einen Scheiß denken? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was geschockt die Gesicht von Fufu, ey? Wie du kriegst zwei Votes? Dass sie aber auch beide daran denken Hä? Was sollt das sonst sein? Ein Centipede 1000 Füßler Achso Okay Ey, aber Mario auf Drogen Das kann man gut zeichnen eigentlich Du, 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 du Ihr müsst euch vorstellen, Leute Auf dem Tisch hier Ja, ich habe keinen Plan, wie ich da male, ne? Was ich da gerade male Stop already Ich kann nicht zeichnen in der kurzen Zeit Mein Gehirn ist super vorne Ja, das ist wirklich eine Herausforderung Oh mein Gott Was ist das? Ey, das ist gut Ach du Scheiße Boah, was? Drugio 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 Finde ich gut Stark, nur stark Danke Ist schon ein bisschen wenig Zeit Aber ich glaube mein Bestes Oh, das ist geil Gerade am besten Okay, genug als Bösewicht So, dann machen wir einfach mal so hier ein Messer Dass ich das Messer nutze Um kleine Leute aufzuspießen Bösewicht Ich weiß nicht, wie ich weiterzeichnen soll Was ist das hier? Oh mein Gott, das ist so traurig, ne? Ich schäme mich dafür Ich schäme mich dafür Scheiße Ich bin so scheiße Oh mein Gott Ich weiß nicht, wie ich Bösewicht zeichnen soll, ne? Ey, ich bin... Was zur Hölle? Also... What the fuck ist das? Was zur Hölle ist das? Ich wollte ein Cape zeichnen Ich hab voll verkackt Ich hab's einfach gelassen Das ist die Furcht Was ist mit meinen Brüsten? Was ist mit meinen Brüsten? Was ist mit meinen Brüsten? Ist ja alles wie so ein Stereo... Wie so ein Stereotier Wie so ein Stereotier Ja Ich muss leider... Ich muss Fufus wählen Das ist eine Beleidigung Maxi Ich kann nicht mitzeichnen Maxi Maxi sollte sogar Zeit zum Einkolorieren Der ist Olaf Er ist Schnellmann Genau Aber guck mal Ich hab Ich hab... Ich hab ne gute Ideen mit meiner leadigessweise hier Le didgue Le didgue Can hold it big In i beau Stopp already Man twentiere die Resultate dieser Runde sind Alts我有, Bärieuình Was sind das denn? Gnu ما Du! Du! What the fuck ist das, Maxi? Du! Warum habt ihr beide Penis-Nasen? Hä, das ist ne Karotte! Ach, du bist es mit Blau gewesen, Fufu! Ich mag das von Gnur am meisten. Oh! Ey, wie könnt ihr das voten? Es tut so weh, ne? Die YouTuber Hydra? Hydra ist dreiköpfig. Mein Kopf und das Fufu's Kopf. Fufu hat so Ohren. Komm, meins wird süß. Ich glaub, meins wird süß. Nur hat so Ohren einfach. Äh, Paluten. Moin! Palle hier. Und dann machen wir hier noch, äh, Mr. Blobfisch. It's over. Scheiße. Dreikämpfig, ne? Mal hieß es, ne? Ich glaub, meins ist süß. Ich glaub, meins ist zweieinhalb. Oh, süß! Oh! Oh! Wer hat das YouTube-Bloge gezeichnet? Wer hat das YouTube-Bloge gezeichnet? Oh! Das kann nur Fufu gewesen sein. Ich find meins süß. Ja, es ist keine cute. Ich hab versucht so ein 13 zu zeichnen. Wie viele Runden? Nick, wer ist das? Wer ist das? Von Fuchs von Sumenia. Hä? Ich sollte ein Zeichentrick-Figur sagen. Wer ist Fuchs von Sumenia? Ich hab verloren. Ich war einfach auf, worauf ich Lust hab. Kann eh nicht zeichnen. Er hat dann hier so irgendwie so und dann hier so, äh. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht zeichnen. Warum? Warum spielen wir das? Oh! Oh mein Gott! Was ist denn das? Was ist denn das? Oh nein, guck mal, da ist sogar eine Hase! Warum ist denn... Der Hase! Hä, was ist denn das? Warum hat jedes eine Scheiß-Penis-Nase? Was ist denn Fuchs von Sumenia? Der böse Fuchs, der Hauptcharakter-Fuchs. Und da gibt's doch den Hasen noch. Von was? Von Sumenian-Film. So ein Zeichentrick-Film. Was ist Sumenian? Oh mein Gott, keine Ahnung. Ist ein Disney-Film. Ich kann eh nicht zeichnen, also alles ist besser als meins. Ah, du hast gewonnen. Ausschlag. Ich krieg Ausschlag von der Aufnahme hier. Ich hab gewonnen! Ey, das ist doch Schiebung. Ich hatte meinen Spaß, Leute. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Ja! Ja, super! Das freut mich doch! Dann lasst uns ein Like-Abo-Down. Schaut mal den anderen vorbei in den Link in dem Video. Ciao! Ciao!